11 Milliarden US-Dollar Verlust hat Facebook bzw. Meta nur einer Nacht gemacht. Und das ist nicht nur ein einmaliger Ausrutscher, es läuft schon seit einer Weile nicht mehr so gut für den Konzern. In diesem Video schauen wir uns daher mal an, was schief läuft und warum. Herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT und Technik. Facebook muss sich wahrscheinlich nicht näher vorstellen, der Konzern, der lag im Jahre 2021 auf Platz 6 der weltweit wertvollsten Unternehmen. Meist wurde also eher über Rekordgewinne gesprochen, nicht aber über Rekordverluste. Der Ursprung liegt fast genau ein Jahr in der Vergangenheit, im Oktober 2021 nämlich, da kündigte der Chef Mark Zuckerberg an, dass der Facebook-Konzern ab sofort Meta heißen wird. Einige sahen das als Versuch, den negativen Ruf loszuwerden, denn Facebook hat ja sich den über mehrere Jahre hinweg erarbeitet, unter anderem durch das bewusste Tolerieren und Verbreiten von Hass, Gewalt und anderen polarisierenden Inhalten, um damit mehr Geld zu verdienen. Eine interne Whistleblowerin hat dazu viele Informationen veröffentlicht und sieht in Facebook eine Gefahr für die Demokratie. Bereits davor machte Facebook regelmäßig mit diversen verschiedenen Skandalen Schlagzeilen, in denen zum Beispiel Daten missbraucht wurden. Cambridge Analytica ist einer der bekanntesten aus dem Jahre 2018, aber auch das riss nicht ab, wir haben aktuell wieder neue. Doch der Ruf, der war gar nicht der primäre Grund für die Umbenennung, trotz der Häufigkeit und auch Extremität der Skandale hatten die nur wenig Einfluss, das Unternehmen konnte weiterhin wachsen. Das Metaverse ist aus Sicht von Zuckerberg die nächste Stufe. Es soll eine Art digitale 3D-Welt sein, in der man alles und noch viel mehr machen kann, als in der analogen, echten Welt. Erste Ansätze gibt es bereits seit längerem, vor allem in Spielen wie zum Beispiel Fortnite oder Second Life. Facebook möchte das jedoch massiv ausweiten. Man soll Freunde treffen, virtuell einkaufen, Konzertbesuche und vieles mehr durchführen können, und zwar alles virtuell. Natürlich geht es dabei ums Geschäft. 2021 nutzten 2,9 Milliarden Menschen weltweit Facebook monatlich. Ein Wachstum ist hier also früher oder später nicht mehr möglich. Im Metaverse dagegen wird bereits für das Jahr 2024 ein Marktpotenzial von 800 Milliarden US-Dollar erwartet. Grundsätzlich scheint das Geld für die virtuellen Realitäten gar nicht mal so unrealistisch, denn bereits 2020 wurden rund 3,3 Milliarden für Käufe in virtuellen Welten von Spielen ausgegeben und das nur in Deutschland. Häufig kann man sich Kleidung, Gegenstände oder einen schnelleren Fortschritt im Spiel kaufen. Das geschieht zudem oft nicht direkt, sondern über eine Zwischenwährung, die es nur in dem Spiel gibt. Die muss man aber zuerst mit echtem Geld kaufen. Erste Unternehmen sind bereits auf der anderen Seite des Dresens im Spiel aktiv, so verkauft zum Beispiel der Hersteller Nike seine Kleidung in virtueller Form im Spiel Roblox. Es gibt eine Vielzahl an Dingen, die man im Metaverse zu Geld machen kann. Und das bei vergleichsweise geringen Kosten. Außerdem fallen noch viel mehr Nutzerdaten an, als in der jetzigen Form des Überwachungskapitalismus, und damit könnte man auch Dinge wie zum Beispiel Werbung viel gewinnbringender vermarkten. Doch im Moment ist die Lage für Facebook-Meta eine ganz andere. Bereits im Juni 2022 ist Metas Gewinn um rund ein Drittel gesunken. Das liegt vor allem an den aktuellen Krisen, die wirken sich indirekt auf Facebook aus, da Unternehmenskunden bei den Werbebütees sparen. Außerdem hat Apple damit angefangen, die Privatsphäre zu stärken, indem Nutzer ausdrücklich zustimmen müssen, wenn Apps ihr Verhalten über verschiedene Anwendungen verfolgen möchten. Bislang geschah das vor allem unbemerkt im Hintergrund, aber viele möchten das nicht wirklich, daher verdient Facebook nun dort etwas weniger Geld mit mobilen Nutzern. Als Konsequenz wurden drastische Sparmaßnahmen beschlossen. Zunächst gab es einen Einstellungsstopp, mittlerweile sollen aber auch bestehende Mitarbeiter gekündigt werden. Zeitgleich wird aber nach wie vor viel Geld in das Metaverse investiert. Oder genauer gesagt in Facebooks Metaverse, denn das ist ja ein allgemeiner virtueller Raum, kein konkretes Produkt. Facebooks eigenes Metaverse, das heißt Horizon Words. Und Zuckerberg, der macht ja auch kein Geheimnis darum, dass das ein langfristiges Projekt ist, das erst in einigen Jahren für höhere Umsätze und damit Einnahmen sorgen wird. Doch alleine von Jahresbeginn bis Oktober 2022 hat der VR-Bereich, also virtuelle Realität, 9,4 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht. Die Ergebnisse sind zudem ziemlich ernüchternd. Kürzlich erntete Zuckerberg viel Spott für einen der ersten Screenshots. Die Grafik ist dabei sehr einfach und gleicht eher einer Zeitreise von mindestens 20 Jahren in die Vergangenheit. Das ist weit von dem entfernt, was er versprochen hat, dass es eine ähnliche Erfahrung sein soll wie in der Realität, beziehungsweise sogar besser. Seit Frühjahr 2022 haben nur 200.000 Menschen sich Horizon Words angeschaut und die meisten, die kamen nach dem ersten Besuch nie wieder. Damit bleibt es sogar hinter den eigenen Erwartungen weit zurück und auch den Entwicklern scheint das eigene Produkt zu schlecht zu sein, um es selber zu benutzen. Es scheint zudem völlig unklar, ob, wie und vor allem wann dieses Konzept zumindest in der Form jemals erfolgreich sein wird. Als der Konzern dann am 27.10.2022 seine enttäuschenden Geschäftszahlen verkündete, brach zudem der Aktienkurs noch massiv ein und zwar so stark wie seit sieben Jahren nicht mehr. In nur einer Nacht verlor Zuckerberg die 11 Milliarden Dollar, die ich vorher am Anfang erwähnt hatte. Aber das ist nicht alles. Insgesamt hat ihn dieser Verlust 70 Milliarden US-Dollar gekostet. Und auch vor den Quartalszahlen entwickelte sich das Ganze nicht wirklich besser. Seit Ankündigung des Metaverse im Oktober 2021 hat Zuckerbergs Unternehmen 1,5 Milliarden US-Dollar verloren und das jeden Tag. Das Grundproblem liegt also in deutlich gestiegenen Ausgaben bei zeitgleich gesunkenen Einnahmen. Das kann nicht nachhaltig funktionieren. Die Frage wird also sein, wie viel Zeit und Geld muss Facebook in das Metaverse investieren, um damit Gewinn zu erwirtschaften? Und wie wird sich die personalisierte Werbung als Haupteinnahmequelle in nächster Zeit entwickeln? Dass Facebook mit seiner Werbung sehr stark für den Werbekunden abhängig ist, haben sie schon selber gemerkt. Und um sich da jetzt unabhängiger zu machen, möchten sie zukünftig Facebook, Instagram und Co. mit kostenpflichtigen Funktionen erweitern, sodass die Nutzer direkt bezahlen. Grundsätzlich ist das Metaverse für Facebook sehr lukrativ. Es bietet Potenzial, um viel Geld zu verdienen und neue Kunden zu gewinnen. Außerdem kontrollieren sie zusammen mit ihren VR-Brillen die gesamte Plattform, statt als Gast auf zum Beispiel Google und Apple angewiesen zu sein, wie es deshalb bei Mobilgeräten der Fall ist. Doch es scheint noch nicht einmal die Technik reif dafür zu sein, trotz massiver Milliardeninvestitionen von Facebook. Die Aktionäre werden zunehmend skeptischer, ob ihr Geld darin wirklich gut angelegt ist. Facebook selber möchte am Metaverse aber festhalten. Man darf gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt, doch so wie es jetzt läuft, wird Facebook das nicht lange durchhalten können, außer es gibt dort massive Änderungen. Nun seid ihr dran, schreibt gerne eure Meinung zum Thema Zones of ULabs ins Forum. Ich freue mich auf eure Rückmeldung, verabschiede mich, tschüss, bis zum nächsten Mal.